Platz 1 bei den Sarchas geht heute am 22. April 2023, zum ersten Mal in diesem Jahr 2023, an die neue Single von Ed Sheeran aus seinem neuen Album Subtract. Seine erste Single, die da rausgekommen ist, die heißt Eyes Closed und die ist heute auf Platz 1 ganz oben an der Spitze der Sarchas. Still dancing with my eyes closed, cause everywhere I look I still see you, time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes, eyes closed, eyes, eyes, eyes Oh, I keep dancing with my eyes, eyes closed, eyes, eyes Oh, I keep dancing with my Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.